Wunderschönen guten Tag zu diesem neuen Meinungsvideo hier auf dem Kanal und ich habe momentan so viel im Kopf, wo ich mir immer denke, ach die Spieleindustrie und da ist die Frage direkt mal an euch, bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, öfter mal ein Meinungsvideo, momentan bringe ich die einmal die Woche oder sagt ihr, nee, lass es mal bei einmal die Woche und dann ist gut, aber gerne eure Meinung dazu, es ist ein relativ einfaches Format, das heißt, ich werde nicht viel schneiden, ich werde nur sehen, dass ich keine großen Pausen drin habe oder dass dann noch ein paar Bilder eingeblendet werden und so weiter und so fort. Deshalb gerne mal eure Meinung unten da lassen. Aber kommen wir doch mal einfach zu einem Thema, was mich juckt, seitdem schon Taro Vogelkamer folgende Aussage gemacht hat. Er hat gesagt, wir müssen mit der nächsten Nintendo-Konsole wieder innovativ sein und wir sind noch am untersuchen, wie wir das wieder machen. Das ist ja schön und gut. Ich meine, Innovation seitens Nintendo hat uns oft weitergeholfen, siehe zum Beispiel der Analog Stick im N64, auch wenn Nintendo natürlich nicht die Ersten waren, aber die Ersten, die es kompetent umgesetzt hat im Zusammenhang mit einem Spiel und zwar Super Mario 64 und natürlich vielen weiteren 3D-Spielen, die danach noch kamen. Aber es geht auch ums Rumble Pack, es geht auch um die Schultertasten und so weiter und so fort und das sind einfach alles Sachen, die haben sich durchgesetzt, die waren geil, da hatte ich Bock drauf und die haben sich, und das ist der Hauptpunkt, ganz einfach ins Gaming eingefügt. Sei es jetzt die Schultertasten, wo man gedacht hat, hey, cool, was soll ich sonst mit den Fingern machen, die hängen sowieso irgendwo nur rum und so kann ich die nutzen. Oder sei es der Analog Stick, der uns einfach ein Gefühl gegeben hat, wie man sich in der 3D-Welt bewegt. Genauso wie das Rumble Pack, was einfach so ein bisschen Feedback an den Spieler weitergegeben hat, auch wenn mich das Rumblen bisher immer nie so tangiert hat, ehrlich gesagt. Aber manchmal ist es schon ganz angenehm. Und jetzt kommen wir mal einfach zu einem nächsten Punkt. Nintendo hat das natürlich nicht immer geschafft. Die haben eine Wii U rausgebracht, wo man einfach gedacht hat, boah, das Nintendo DS-Konzept, das setzen wir jetzt auf eine große Konsole rum und der Spieler muss sich bewegen dabei. Und seien wir ehrlich, solange es nicht bequem ist, also solange es nicht das Spielen einfacher macht, wird sich so eine Sache einfach nicht durchsetzen. Und das hat man bei der Wii U gesehen, das hat man zum Beispiel auch beim Virtual Boy gesehen, wo man einfach so ein Ding auf einem Ständer hatte und da musste man irgendwie den Kopf da runter beugen. Und das war einfach nicht bequem. Bequem ist immer die Trumpfkarte in dem Fall. Und zwar zum Beispiel bei digitalen Spielen oder auch bei Streaming, was natürlich auf der einen Seite irgendwie blöd ist, weil man hat halt keine Spiele mehr in der Hand. Man hat keine eigenen Sachen mehr, die man in ein paar Jahren noch auspacken kann, was auf der anderen Seite allerdings auch wieder sehr angenehm ist, denn man switcht die Spiele einfach von A nach B, ohne die Discs zu wechseln und so weiter. Verstehe ich alles. Aber kommen wir jetzt einfach mal zum nächsten Punkt. Was will man denn bei der nächsten Nintendo-Konsole machen? Wie gesagt, Shuntaro Fogawa hat gesagt, wir müssen wieder innovativ sein. Und das sehe ich momentan noch nicht, denn die Nintendo Switch ist im Grunde genommen die perfekte Iteration der Wii U. Denn man hat das perfektioniert, was man eigentlich mit der Wii U erreichen wollte. Hätte man zum Beispiel bei der Wii U gesagt, hey, du spielst auf dem Fernseher und wenn du das ausmachst oder deine Freundin guckt einen Film oder dein Freund Fußball schauen oder was weiß ich, dann kannst du einfach auf dem Gamepad weiterspielen, dann hätte das wahrscheinlich schon ein bisschen besser geklappt als das, was man eigentlich vorhatte. Und das hat man dann halt bei der Nintendo Switch gemacht und hat gesagt, ihr könnt eure Spiele überall spielen, wo ihr wollt. Aber was soll denn die nächste Nintendo-Konsole sein? Meines Erachtens nach ist in der heutigen Zeit, auch wenn wir jetzt wieder ein bisschen runtergefahren sind, dank Corona, dass man seine Spiele einfach überall und jederzeit spielen kann. Und wir wissen, Hardware ist nicht alles. Es gibt jetzt das Steam Deck, aber seien wir mal ehrlich, dazu könnte ich ein eigenes Meinungsvideo machen, denn überzeugt bin ich von dem Ding überhaupt nicht. Und es gibt natürlich noch die leistungsfähigen Konsolen für den Fernseher zu Hause. Aber das Konzept, dass man seine vollwertigen Spiele, siehe ein, meinetwegen 150 Stunden Breath of the Wild, wenn das mal reicht, jederzeit und überall mitnehmen kann, ohne dass man darauf verzichten muss, das weiterspielen zu können, ist einfach das perfekte Konzept dieser Zeit. Wir sind nicht auf eine Mobile-Verbindung angewiesen. Wir können alles nativ auf der Hardware spielen, auch wenn der Hersteller oder die Dritthersteller vor allem natürlich einiges zu tun haben, die Spieler darauf zum Laufen zu kriegen. Aber wir können einfach mal sagen mit der Switch 2, hey, da haben wir jetzt richtig Power. Nehmen wir einfach mal die Xbox One X oder was weiß ich, Playstation 4 Pro, ungefähr in dem Level sollte wir spielen. Und die Hersteller können sagen, wir können ganz einfach Ports von unseren großen Konsolen auf die Switch 2 bringen. Und damit sind wir safe, ohne großartig zu viel Geld für den Port ausgeben zu müssen. Das ist auch ganz wichtig. Und da frage ich mich, muss man jetzt wieder innovativ sein? Und da kommen wir halt jetzt mal auch zu dem Hauptthema. Nein, finde ich nicht. Man sollte einfach mal eine Nintendo Switch 2 bringen. Und zwar so, wie es die OLED Switch ist. Die OLED Switch hat eine wesentlich bessere Verarbeitung, hat ein schöneres Display und lässt sich auch in irgendeiner Weise wertiger anfühlen. Natürlich fehlen Sachen wie HDR, 4K, wenn man es dann braucht und so weiter. Aber trotzdem kann man weiterhin in Qualität unterwegs spielen. Und genau das sollte Nintendo auch fortsetzen. Warum muss man jetzt auf Zwang wieder die nächste Konsole anders machen? Ich verstehe auch nicht, wie man es anders machen soll. Ich meine, ich bin nicht der kluge Kopf, der bei Nintendo da oben sitzt und sich so eine Konzepte einfallen lässt. Aber ich weiß nicht, ob man da nicht ein bisschen betriebsblind ist und sagt, ja, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Und wenn Nintendo in Sachen Shontaro Furukawa, und der ist ja eindeutig Geschäftsmann und kein Gamer, da weiterentwickeln will, da anschließen will, die erfolgreichste Konsole weiterhin auf den Markt stellen will, dann weiß ich halt nicht so richtig, was man da so machen will. Weil, was haben wir für Konzepte? Natürlich könnten wir wieder eine Nintendo Switch mit zwei Screens bringen, ist denn aber wieder die Voraussetzung, dass Dritthersteller sagen, hey, wir bringen den zweiten Screen irgendwie ein. Hat auf Nintendo DS auch schon geklappt, aber ist natürlich wieder ein extra Entwicklungsaufwand. Aber was anderes würde mir auch momentan überhaupt nicht einfallen, weil, wenn Nintendo irgendwas anderes macht und jetzt wieder zwanghaft innovativ sein will, dann vielleicht auf technischer Seite. Das heißt, man könnte zum Beispiel eine Basisstation mit einer eigenen GPU bringen, so wie es ja zu Anfang der Nintendo Switch-Zeiten in den Gerüchten schon stattfand. Also das heißt, dass man diesen Raum, den man hinten hat, nochmal mit einer mobilen GPU ausstattet, die dann von Nvidia stammt oder ähnliches. Und dann hätte man zum Beispiel für unterwegs eine einfache Grafikqualität, was weiß ich, mittlere Details, bei 1080p und 60 Frames und für zu Hause nochmal ein paar extra Effekte, wie zum Beispiel Raytracing und ähnliches. Ja, aber dann wäre es auch wieder zu teuer. Das heißt, wenn wir eine extra Station mit einem extra Grafikchip haben, der auch noch aufwendig gekühlt werden muss in den meisten Fällen, dann wird es halt sehr umfangreich. Momentan ist die Dockingstation nichts anderes als ein Plastik-Dummy, der per USB-C das Bild an den Fernseher überträgt. Und mehr kann der halt nicht. Und das ist auch gut so, denn das spart Kosten. Denn wenn Nintendo weiterhin erfolgreich sein will mit schwächer Hardware, muss der Preis auch stimmen. Ja, die Nintendo Switch OLED kostet 349 Euro oder 359 Euro, je nachdem, wann man die bekommt und verkauft sich trotzdem. Aber das liegt auch vor allem daran, dass Nintendo wieder eigene Titel drauf hat. Und sollte die Konsole wirklich teurer werden, also das heißt, so langsam aber sicher in Preisregionen einer Xbox Series X oder einer Playstation 5 vorstoßen, ach, das sehe ich sehr schwer. Auf der anderen Seite muss man aber auch noch zum Abschluss sagen, wenn Nintendo mal wieder auf die Schnauze fliegt, wäre das jetzt auch nicht so schlimm, denn dann ist man generell kundenfreundlicher. Aber das geht ja auch leider für andere Unternehmen, siehe Microsoft, siehe Sony. Alle haben schon ihren Scheiß hinter sich und werden immer arrogant, wenn man erfolgreich ist. Und ich finde, gute Konkurrenz belebt den Markt. Gut, ich hoffe, ihr habt mich einigermaßen verstanden. Ich habe jetzt einfach mal frei Schnauze rausgeredet. Aber was meint ihr? Sollte Nintendo innovativ sein, sollte man wieder was Neues bringen oder sagt ihr, Leute, die Mobile-Prozessoren haben sich so dermaßen weiterentwickelt. Stattet das Ding mit 16 GB RAM aus, damit ihr auf demselben Niveau seid, wie die anderen Konsolenhersteller, damit man zumindest da keine Abstriche machen muss. Packt dann aktuellen Mobile-Prozessor rein. Siehe, die Dinger hier zum Beispiel, die sind super leistungsfähig, also die umrunden den Nintendo Switch und haben wesentlich mehr Leistung. Und ja, sagt einfach mal eure Meinung. Wollt ihr endlich mal zum Beispiel ein Zelda auf Niveau eines Horizon Forbidden West? Oder sagt ihr, das ist mir alles egal, die können das Ding wieder in 2D-Grafik rausbringen. Aber Hauptsache, da kommt mal wieder was Neues, was nicht so langweilig ist. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, mit einem guten Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.